Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Tillioid mit einer neuen Folge von Spectacular FIFA. Nachdem ich euch letzte Woche ja schon alle neuen Skillmoves und den Rabona-Schuss vorgestellt habe, geht es heute um die Scorpion-Kicks. Ihr seht sie schon im Hintergrund, sehen halt wie jedes Jahr verdammt geil aus. Sind aber extrem schwer zu machen und vor allem extrem selten. Und ich würde sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fangen direkt an mit der Durchführung. Und das Allerwichtigste beim Scorpion-Kick ist, dass sowohl der Flankengeber als auch der Spieler, der letztendlich den Scorpion-Kick ausführen soll, exakt auf derselben Höhe sind, wenn ihr die Flanke spielt. Denn so stellt ihr sicher, dass der Spieler, der den Scorpion-Kick machen soll, weiterläuft und der Flankengeber ihm in den Rücken flankt. Das funktioniert nicht immer, das funktioniert wirklich nicht immer, das funktioniert sogar eher selten. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Denn meistens versucht natürlich der Flankengeber, die Flanke in den Lauf des Spielers zu spielen, sodass er dann einen Flugkopfball oder sowas machen kann. Und so ist dieser Scorpion-Kick halt einfach extrem selten, weil man versuchen muss, die Flanke in den Rücken des Spielers zu spielen. Und das funktioniert halt eben nicht sehr häufig. Hier seht ihr jetzt eingeblendet, wie man die Flanke am besten spielt. Ihr drückt einfach die Flankentaste auf der Playstation, ist es 4-Eck, auf der Xbox ist es X, wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Weil wenn ihr keine Flanke spielen könnt, dann solltet ihr den Scorpion-Kick gar nicht erst probieren, weil dann ist er einfach zu schwierig. Dann seid ihr nicht auf dem richtigen Level dafür, würde ich behaupten. Und in FIFA 15 war es immer so, dass ich die Flanken halb hoch gespielt habe, also die Flankentaste doppelt gedrückt habe. Das funktioniert in FIFA 16 nicht mehr so gut, zumindest ist das bisher meine Einschätzung, weil die Flanken dann sehr scharf reinkommen. Die kommen einfach zu schnell, sodass der Spieler überhaupt keine Zeit hat, den Scorpion-Kick auszuführen. Deswegen spiele ich mittlerweile eigentlich eine normale Flanke und halte dabei aber L1 gedrückt. Ich weiß nicht genau warum, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Effekt hat, aber für mich gibt mir das immer das Gefühl, dass es dadurch besser funktioniert. Deswegen mache ich es einfach und verschlechtert wird es dadurch definitiv nicht und ja, deswegen mache ich das so. Wenn ihr es dann also geschafft habt, den Ball erfolgreich in den Rücken des Spielers zu spielen, dann haltet L2 oder LT auf der Xbox gedrückt und haut einfach auf die B-Taste so oft wie ihr könnt. Manche sagen einmal genügt, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn man öfter drückt, dass es dann häufiger funktioniert. Ich habe jetzt 5 Scorpion-Kicks, glaube ich, gemacht und deswegen, also es funktioniert ganz gut. Und ihr seht es ja auch gerade schon wahrscheinlich bei den Spielen an sich, der Spielstand ist immer 10-0 oder sowas um den Dreh. Das liegt daran, dass ich die Szenen auf Anfänger aufgenommen habe, denn so hat man einfach häufiger Situationen, wo man mit zwei Spielern frei vom Tor ist. Denn auch das ist wichtig, ihr müsst wirklich, beide müssen frei sein. Wenn die gedeckt sind, dann könnt ihr vergessen, der macht niemals im Leben dann den Scorpion-Kick, dann macht der einen Kopfball. Oder wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar einen Fallrückzieher, aber der Scorpion-Kick kommt dann nicht. Dafür müssen die Spieler einfach frei genug sein. Und ja, das war es letztendlich, glaube ich, auch schon von dem Tutorial. Jeder Spieler kann den Scorpion-Kick ausführen, soweit ich weiß. Ich glaube, er braucht keinen Flare-Trade, keine Skill-Moves oder was auch immer. Und deswegen probiert es einfach aus. Schreibt mir Feedback in die Kommentare, was ihr von dem Tutorial haltet. Ob ihr schon Scorpion-Kicks hinbekommen habt, ob ihr die letzten Jahre besser Scorpion-Kicks hinbekommen habt als dieses Jahr. Oder generell, vielleicht, wenn ihr noch andere Tipps habt, die den anderen weiterhelfen können oder auch mir weiterhelfen können, haut sie in die Kommentare, da bin ich immer dankbar für. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Channel, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, ich bin es zu dir heute mit dem ersten FIFA 16 Tutorial. Ja, es werden noch einen gekommen, aber heute schauen wir uns zunächst mal die neuen Skill-Moves an.